Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 18. November 2018. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo, das wollte ich guten Morgen sagen. Hallo. Hallo. Und ich bin der Marco, hallo. Guten Morgen. Naja, das ist ja relativ, ne? Wie viele haben wir eigentlich? Naja, doch, es ist kurz vor elf. Für manche ist es vielleicht morgen. Für uns auch noch so ein bisschen. Ja, wir waren nämlich gestern zu einer Uhrzeit im Kino. Das wir gefühlt seit 100 Jahren nicht mehr gemacht haben. Ja, echt, hey. Also ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß echt nicht mehr, wann ich zuletzt so spät im Kino war. Also es war 21.25 Uhr. Also so... Voll spät. Voll spät, so... Da stehen wir normalerweise im Bad und putzen. Genau, das wollte ich sagen. So ganz, wie es halt, wie es für so zwei so alte Säcke wie uns gehört. Uns Langweiler. Genau, und wir sind aber tatsächlich dann nochmal... Wir Langweiler. Haben uns von der Couch nochmal aufgerafft. Mit Käffchen. Mit Käffchen gestärkt ins Kino in die Spätvorstellung von... Fantastische Tierwesen Grindelwalzverbrechen. Oder Fantastische Tierwesen 2. Ja. Genau. Also offiziell... Nee, offiziell heißt es Grindelwalzverbrechen. Genau, weil da steht nirgendwo eine 2. Nein, aber es ist der zweite... Hab doch recherchiert. Ja, aber es ist der zweite Teil von Fantastische Tierwesen. Ja. Ich glaube, sie haben bewusst die 2 weggelassen, weil dann kann man sich ja noch ganz viele Filme hinten dranhängen. Weil normalerweise denkt man jetzt so, okay, das wird jetzt eine Trilogie und wenn sie die Kuh noch weiter melken wollen, dann machen sie vielleicht vier Teile draus. Harry Potter hat ja auch keine Nummern. Genau. Ja. Hat man ja auch nach den Büchern benannt. Die Bücher gibt es jetzt zwar so in der Form nicht mehr. Das hindert Warner oder halt J.K. Rowling nicht daran, trotzdem munter weiter Filme zu machen. Genau. Ja. Geld zur Chefin. Genau, dann würde ich sagen, erzähl uns doch einfach mal ein paar Fakten zu Grindelwaldsverbrechen. Ja, der gute Film hat FSK 12 und er geht 2 Stunden und 14 Minuten. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Er hat eine aktuelle Bewertung auf IMDb von 7,2 und er hat einen Metascore von 53. Oh ja. Und das ist ja normalerweise eine Zahl, da hätten wir uns nicht mehr vom Sofa bewegt. Sagen wir es mal so. Also wenn es jetzt nicht aus diesem, wenn es nicht so ein Film gewesen wäre, wären wir jetzt normalerweise nicht ins Kino gehen. Also als die Entscheidung anstand, ob wir uns tatsächlich noch aufraffen und ins Kino gehen, weil wir die Karten ja schon vorab gekauft haben. Was uns nicht, also wir hätten es ja auch stornieren können, aber als die Entscheidung anstand, hätte ich den Metascore gekannt, hätte das meine Entscheidung vermutlich beeinflusst. Aber egal, wir haben es getan. Ja. Okay, weiter im Text. Regie führt? Regie führt, ja, wieder dieser David Yates. Den haben sie sich halt echt verguckt, ne? Ja, die hat sich nie verguckt, glaube ich, weil das ist ja nicht mehr normal. Weil im Prinzip, der hat ja nichts, ja, der hat halt Fantastische Tierwesen, den ersten, dann Legend of Tarzan und ansonsten hat er nur Harry Potter gemacht. Und er kam irgendwie aus der englischen Serienversenkung, da hat es dann hervorgeholt, weil der hat davor, vor Harry Potter, hat er nichts Namen, also da war nichts bekannt. Und er hat ja die letzten drei Harry Potter gemacht, oder? Fünf, sechs und sieben und sieben sind ja zwei Teile. Also insgesamt… Vier Filme hat er gemacht. Fünf mit Fantastische Tierwesen, eins dann. Oh mein Gott. Jetzt sechs. So, ja, genau. Und der und die, die J.K. Rowling, die sind halt so, ne? Ja, die sind ganz dicke. Ganz dicke? Ja, ja, also irgendwie… Offensichtlich hat er bei ihr irgendwie in Stein im Brett keine Ahnung. Ja, oder hat sie verhext oder so? Oder sie ihn? Verflucht. Verflucht. Gut sie als Fluch. Keine Ahnung. Das kannst du nicht sagen. Hat aber Gedabra. Nein, das ist ein Todesfluch. Ja, Autoren ist in dem Falle nur J.K. Rowling. Die hat das Drehbuch geschrieben. Die hat das Drehbuch komplett alleine geschrieben. Weißt du zufälligerweise, ob das beim ersten Teil auch so war? Nein, das habe ich jetzt nicht richtig. Ich gucke. Guckst du? Erzähl weiter. Okay, ich erzähl weiter. Kamera hat der Philippe Rouselot. Rouselot? Wer? Philippe Rouselot. Was macht der so? Der macht ganz viel. Also der hat, der ist auch schon ein bisschen älter. Deswegen hat er ein, ja, ein ganz schönes Portfolio. Okay. Der hat auch schon den ersten Fantastische Tierwesen gemacht. Nice guys. Sherlock Holmes, beide Teile. Charlie in der Schokoladenfabrik. Interview mit einem Vampir und so on und so on. Und genau, also der hat schon sehr viel gemacht. Musik habe ich mir noch aufgeschrieben. Das ist der James Newton Howard. Den kennt man ja auch. Der ist ja auch schon ewig dabei. Ritz Barrow, Detroit. Auch Fantastische Tierwesen, Nightcrawler. Die Tribute von Panem, alle Teile. Die Snow White Filme. Mit dem Huntsman oder mit der Ice Queen. Ja, furchtbare Filme. Ganz furchtbare Filme. Da habe ich beide, habe ich schwer gelitten. War das nicht so, dass die den zweiten irgendwie mal auch so um Silvester rum geguckt haben letztes Jahr? Ja, den gab es dann mal ganz frisch auf Prime. Ganz fresh. Ganz fresh. Und ich fand den so furchtbar. Der war ja auch furchtbar. Ja, wir haben den geguckt, weil wir, also wir mögen ja Chris Hemsworth und wir mögen vor allem Jessica Justein. Und dachten wir, naja, gut. Emily Blunt mögen wir auch. Emily Blunt mögen wir eigentlich auch noch mehr. Charlene Saron mögen wir auch. Ja. Also eigentlich mögen wir alles, nur den Film nicht. Genau. Ich dachte nur, so schlimm kann es nicht sein. Ja, aber das war wirklich. Doch, es war schlimm. Es war, ja. Aber wir schweifen ab. Genau. Wie immer. Wie immer. So, soll ich gleich mit der Besetzung weiter? Ja, natürlich. Natürlich. Und zwar Besetzung, der Newt Scamander wird wieder gespielt von Eddie Redmayne, der auch schon im ersten Teil mitgemacht hat. Und der bekannt wurde auch mit The Danish Girl. Hat er da einen Oscar bekommen? Jetzt weiß ich es gar nicht. Nee, ich glaube, der hat für. Aber für die Entdeckung der Unendlichkeiten. Theory of, ja genau. Genau, da hat er eine. Zurecht. Genau. Da spielt er den Stephen Hawkins. Und gesungen hat er auch schon in Les Miserables. Stimmt. Den habe ich wieder verdrängt. Ich nicht. Du magst den. Er ist so schön. Ja, er ist so schön. Ich mag Eddie Redmayne. Ja. Auch wenn er singt? Ja, generell. Also wir beide mögen den, glaube ich, als Schauspieler. Ja. Ja. Und dann. Tina Goldstein. Die du ja gar nicht magst. Ich hasse die Frau. Ich denke, die Catherine Waterstone. Die hat mir ja schon den letzten Alien versaut. Und auch hier wieder ist sie dabei. Hat noch in Logan Lucky mitgespielt. Und ansonsten war jetzt auch wieder nichts Nennwertes dabei. Und ja, da können wir ja später noch was zu ihr sagen, weil das ist echt, also. Du magst sie halt einfach. Ich mag sie. Nee, weil sie ist halt einfach keine gute Schauspielerin. Nee, ist sie nicht. Ist sie überhaupt nicht. Und sie latscht dann mit ihren Salamander-Augen. Das war ein Insider. Ja. Durch diesen Film. Und ja, und sieht so aus, als ob sie nicht bis drei zählen kann. Und das geht halt wirklich seit, also über zwei Stunden macht sie das. Also sie ist nicht zweieinhalb Stunden, also im Bild, aber. Wenn sie im Bild ist. Wenn sie im Bild ist, dann guckt sie genau so. Naja, egal. Dann der Jacob Kowalski, der als Muggel in dieser Crew wieder dabei ist. Gespielt von Dan Fogler. Ach, dieser, dieser Bäcker. Ja, genau. Der etwas dickliche. Genau, im zweiten Teil ist er ja kein Bäcker mehr. Da ist er ja nur noch. Staffage. Mit dabei. Er ist einfach dabei. Er ist dabei, um die Crew am Laufen zu halten. Ja. Ja, bei Hannibal hat er auch mitgespielt. Das würde mir jetzt gar nicht mal einfallen. Fanboys, kennst du den? Hör vom Hörensagen, noch nicht gesehen. Ah, der ist halt so ein typischer Nordfilm. Ja. Love Happens. Also ich dachte eigentlich wirklich, ich war ein bisschen überrascht, weil den kennt man ja vom Sehen und, aber der hat nicht so viele nennenswerte Filme gemacht. Also das war wirklich schwer, jetzt irgendwie ein bisschen was rauszusuchen. Naja, egal. Na, und jetzt kommt der Grindelwald. Gespielt von Johnny Depp. Ja, ich meine, okay, wer den Johnny Depp nicht kennt, aber ich kann ja noch ein paar Sachen sagen. Also Fluch der Karibik. Der Lone Ranger, da spielt er den Indianer. Ja. Dann Dark Shadows, Rango, Sweeney Todd und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, hat man ja auch schon zumindest zum Ende des ersten Teils gesehen. Das war ein cooler Twist dann am Ende, dass er da mitspielt oder dass er der Grindelwald ist. Das fand ich damals sehr cool. Die Leta Lestrange wird gespielt von Zoe Kravitz. Wer sich jetzt wegen dem Nachnamen wundert, ja, es ist die Tochter von Lenny Kravitz, die in Mad Max mitgespielt hat. Hä? Ah, siehst du, ich wusste doch, die kommt mir bekannt vor. Die hat eine von diesen, von diesen, äh, der hat sich doch, ähm, es geht doch um diese Frauen, die, die gerettet werden aus den Fängen von den. Ah, ist das eine von denen? Genau, das ist eine von den, ah, okay, okay. Aha. Dann After Earth, die Bestimmung, alle drei Teile. Wir haben nur den ersten gesehen damals. Dann Big Little Lies spielt sie mit, Kin und Girls Night Out. Also Big Little Lies ist die Serie, ne? Genau. Dann der Bruder von Newt Scamander heißt T-Soyce Scamander. T-Soyce, okay. Ja. T-Soyce, also, T-Soyce, oder, äh, das war sowieso ein komischer Name. Er wird gespielt von Callum Turner, der in Green Room, Assassin's Creed und Viktor Frankenstein mitgemacht hat. Green Room, den fand ich eigentlich ziemlich gut. Ja, der war auch ziemlich gut, aber weiß ich jetzt auch nicht, entweder war er einer von den Guten oder von einem diesen durchgeknallten Nazis. Das war doch einer der letzten Filme mit Anton Yelchin, oder? Ja. Der, ähm, Scotty, ähm. Das war ja mit dieser Band. Ja, mit diesen Neonazis. Ja, genau. Ja. Der ist gut. Ja. Guck dich den an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ziemlich hart. Mit dem Patrick Stewart. Mhm. Ja, dann, 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 dann. Credence Barebone wird gespielt von Ezra Miller. Mhm. Der, äh, der, äh, irgendwie nur von dieser Rolle von Flash lebt. Also, Injustice League hat er mitgemacht, dann in Suicide Squad ist wohl auch Flash kurz dabei, dann. Let's talk about Kevin. Ja, da hat er auch mitgespielt. Vielleicht genau den Film habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Ja, das ist aber. Vielleicht lieber morgen. Man, man, man hat uns doch gesagt, dass der da sehr, sehr gut spielen soll. Ja, hat er das. Mhm. Okay. Ähm, haben wir aber noch nicht gesehen. Bislang kennen wir den wirklich nur als, als, als Flash. Und als, äh, Credence hier jetzt aus den beiden. Genau. Fantastischen Tierwesenfilmen. Dann als, äh, absoluter Cast, als absolutes Casting-Highlight würde ich es mal bezeichnen, ist, äh, der, ähm, Albus, Albus Dumbledore. Das heißt schon, wie vorhin, habe ich schon die ganze Zeit falsch gesagt. Äh, Jude Law. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich auch gut gecastet. Den kennt man auch als, ähm, Protagonist bei der talentierte Mr. Ripley, hautnah, den King Arthur. Das ist einer der schlechteren King Arthur. Watson, ja genau. Genau, Sherlock Holmes-Film hat er bei der Grand Budapest Hotel, hat er mitgespielt. Dann die Nagini, mitgespielt von Claudia Kim. Das ist nämlich die Ärztin von Avengers Age of Ultron, die dann hilft. Ah, okay, aber das war ja auch noch so eine Statistenrolle. Ja, ja, eine sehr kleine Rolle. Aber gut zu wissen. Again what learned. Genau. Die hat nämlich, was hat sie da gemacht? Ja, auf jeden Fall den. Ja, den Ding geklont da, den, den, ist ja die Vision. Vision hat sie mit erschaffen, genau. Und der Dunkle Turm hat sie auch mitgespielt. Aha. So, dann kommen jetzt noch zwei, äh, zwei, ähm, Darsteller. Und zwar Yusuf Kama wird gespielt von William Nedlin. Das ist das, der Schwarze? Ja, genau. Okay. Der hat in Chateau gut Funk und. Keine Ahnung, kann ich nicht. Genau, ich auch nicht. Und die Queenie Goldstein, das ist ja die Schwester von der Tina Goldstein, ist die Alison Sudol. Die hat in Transparent Between Us mitgespielt. Und die ist, ähm, in Amerika wohl sehr bekannt als Singer-Songwriter. Also sie hat in sehr vielen Filmen und Serien, hat sie, äh, Lieder geschrieben. Okay. Und Texte. Ja, also hier in, in Europa oder so ist sie jetzt nicht so bekannt. Okay. Ja. Aber sie hat, ich hab, sie hat ein ziemliches Portfolio, aber ich hab da jetzt nicht so viel aufgeschrieben. Ja, und dann bin ich eigentlich schon durch. Ah, schon. Ist gut. Ist ein Haufen. Ja, ich hab's ein bisschen. Im Übrigen hat, äh, J.K. Rowling, äh, auch das Drehbuch, äh, alleinig das Drehbuch für den ersten Teil geschrieben. Ah, okay. Hab ich, glaub ich, mal nachgeguckt. Da steht sonst niemand in der Business, äh, zumindest auf IMDb nicht. Ja gut, äh, dann würde ich sagen, lese ich kurz mal den Pressetext vor. Mhm. Aus der Feder von J.K. Rowling entspringt die Filmreihe Fantastische Tierwesen, magische Abenteuer in einer Zeit vor Harry Potter. Am Ende des ersten Films wurde der mächtige dunkle Zauberer Gellert Grindelwald vom MACUSA, also dem magischen Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika, mit der Hilfe von Newt Scamander festgenommen. Doch Grindelwald macht seine Drohung wahr und entkommt dem Gewahrsam. Er schart ein Gefolge um sich, das seine wahren Pläne nicht kennt, die Herrschaft reinblütiger Zauberer über alle nicht-magischen Wesen. Um Grindelwalds Pläne zu vereiteln, wendet sich Albus Dumbledore an seinen ehemaligen Schüler Newt Scamander, der seine Hilfe zusagt, ohne sich über die Gefahren im Clan zu sein. Liebe und Loyalität werden auf eine Probe gestellt, selbst zwischen besten Freunden und innerhalb von Familien, während die magische Welt sich zunehmend spaltet. Da sind ein paar Fehler drin, aber egal. Du meinst jetzt bestimmt nicht Rechtschreibfehler. Nein, keine Rechtschreibfehler, da sind ein paar Abfahrstoryfehler drin, aber egal. Ja, kommen wir zu unseren Eindrücken. Wie war denn so deine Erwartungshaltung? Ja, die war eigentlich, wie soll ich es jetzt sagen, ja so hoch war sie jetzt nicht. Ich meine, wenn man den Trailer im Vorfeld gesehen hat, dann wusste man ja schon, was einem da erwartet und zwar ein CGI-Gewitter. Und ja, halt auch ein bisschen die Story. Es ist halt einfach, man taucht halt einfach gerne in dieses Universum ein und man mag es halt einfach, weil man halt auch die ganzen Harry Potter-Bücher und Filme halt schon gemocht hat. Und dann freut man sich halt schon so ein bisschen drauf. Das ist dann wie so ein Wiedersehen. Genau. Und die Erwartungshaltung, die war, ja, man freut sich halt drauf. Du hast dich mehr gefreut als ich? Ja, das glaube ich schon auch, ja. Also ich bin ja, ich mag das Harry Potter-Universum jetzt aber nicht aus Sicht eines Cineasten. Also ich mag es halt, wie du schon sagtest, weil es halt eine schöne Welt ist, die mal mehr und minder erfolgreich filmisch umgesetzt wurde. Und natürlich habe ich auch die Bücher gelesen oder gehört zum Teil als Hörbücher und ich machte das Universum und das ist für das, was es ist. Aber filmisch, wie gesagt, schwankte die Qualität und seit Übernahme des Franchises von David Yates war halt einfach regietechnisch absolute Standardkost geboten. Ja, und das setzt sich, wie wir ja dann jetzt gleich sehen werden, setzt sich das leider halt kontinuierlich fort. Also man hat mit David Yates offensichtlich und aus vollkommen unerfindlichen Gründen einen Regisseur gefunden, den man, glaube ich, wohl als sichere Bank bezeichnen würde, jetzt aus Sicht der Produzenten vielleicht, aber der sich halt auf keinerlei Experimente einlässt. Null. Null. Null, absolut null. Ich glaube, manchmal habe ich, was mir jetzt gerade eben so in den Sinn kam, vielleicht ist das halt auch einfach einer, der, den kennt man, so wie du schon gesagt hast und halt, der hält halt auch die Klappe. Wahrscheinlich. Der ist halt pflegeleitig. Das ist so ein Vehikel. Genau, also ich glaube, dass der sich seiner Rolle halt bewusst ist, weil letztendlich liefert er ja nur die Bilder von dem, was sie geschrieben hat. Ja, und wahrscheinlich sind sie da kompatibel. Aber wir greifen vorweg. Genau. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mich, Vorfreude wäre jetzt übertrieben. Ich, ja, ich habe den Trailer gesehen. Ich dachte, naja, das wird wieder ein schöner, netter Ausflug in die, in das magische Universum rund um Harry Potter, halt ohne Harry Potter. Und man muss dazu sagen, wir mochten den ersten Teil eigentlich ganz gerne. Eigentlich? Ja, der hat uns vor allen Dingen auch, wir haben den zu Hause zum ersten Mal gesehen, den haben wir nicht im Kino gesehen und wir haben den auch, glaube ich, dann nochmal geguckt, zweimal. Und beim zweiten Mal fand ich ihn besser. Genau, wir fanden, er hat gewonnen, also wir fanden ihn sogar noch besser. Der war charmant, also auch hier bitte keine, keine Meister, wie sagt man denn, keine Meisterleistung erwarten, aber es ist tatsächlich ein wirklich unterhaltsamer, fantasievoller Film geworden mit sympathischen oder weitestgehend sympathischen Figuren. Mochte ich. So, und mit der Erwartungshaltung ging ich da rein. Ja, wie gesagt, Spätvorstellung. Das Publikum war erwartungsgemäß halt nicht mehr ganz so jung. Das war ja, es gab ja zwei Gründe, warum wir so spät reingegangen sind. Der eine Grund war ja, weil die 2D-Vorstellung tatsächlich nur zu ganz bestimmten Uhrzeiten lief und es aus logistischen Gründen uns anders nicht möglich war. Wir wollten halt 3D einfach nicht sehen. Genau, wir wollten 3D partout nicht sehen, hätte dem Film sicher nicht gut getan, ganz sicher nicht. Nee, glaube auch nicht. Und dann war es halt auch so, dass wir gesagt haben, okay, dann gucken wir uns das mal an, ist dann sicher ja auch dieses jugendliche Publikum etwas weniger. Also die halt so, weißt du, so unter 18, ja. Ich fand, also, weil wir sind ja ziemlich lange vorm Saal gestanden, weil sie es ja irgendwie wieder nicht hingekriegt haben, von der Manpower her rechtzeitig den Film starten zu lassen. Und das Publikum, das sah halt so aus, als ob die alle mit Harry Potter groß geworden sind. Also die meisten waren zehn Jahre jünger wie wir. Ja, das sehe ich auch so. Es ist ja so, dass es gibt ja wohl so eine Generation, also die nicht wir sind, die halt, was weiß ich, also die angefangen haben, Bücher zu lesen und mit Harry Potter ihr Ding gefunden haben und dann natürlich über Jahre und diesem Hype ja auch folgend immer wieder auf den Büchern entgegen gefiebert haben und natürlich als die letzten Bücher erschienen dann längst volljährig waren. Weil wir sind, glaube ich, eher so mehr Herr der Ringe, oder? Ja, wir sind Generation Herr der Ringe, wobei ich das ja auch nicht bei Erscheinen gelesen habe. Nee, auch nicht. So als im Bau wieder nicht. Nein, aber das hat einen schon mehr beschäftigt. Also, finde ich. Definitiv. Wir sind gerade mal, ich wäre damals, gerade nicht mehr Generation Star Wars. Ja, also ich bin schon, also mit Star Wars bin ich auf jeden Fall groß geworden. Ja, aber jetzt nicht so, also kinomäßig. Kino, nein, so nicht, aber ich meine, wo es den dann als Videokassette gab, da sind wir ja immer als Kinder, bei Familienfesten sind wir immer ruhig gehalten worden mit Star Wars. Star Wars, sehr gut. Gibt Schlimmeres. Ja, es gibt, und das letzte eine. Also wirklich, das sind die zwei Filme. Es gibt wirklich Schlimmeres, ja. Aber ja, du hast recht, es ist so, mir ist mir auch aufgefallen, dass das halt so, das dürfte so hinkommen, dass das so die Leute sind, die, es ist eindeutig, dass, also, wobei ich mich frage, ist das das Zielpublikum, also im Sinne des, welche Leute gehen da rein, ja, vom Alter her, ja, weiß ich nicht, ja, können wir später nochmal drüber reden. Ja. Ja, Erwartungshaltung, moderat. Deine. Meine. Deine, leicht vorfreudig. Ja. Ich meine, ich hatte im Vorfeld schon wieder eine Kritik gelesen. Du kannst es einfach nicht lassen. Ja, mich stört es auch nicht und ich lasse mich da auch nicht, wenn ich einen Film sehen will, dann lasse ich mich da auch nicht so, ja, also auch den Metascore, also ich hätte den, glaube ich, trotzdem im Kino angeschaut, auch mit dem Metascore. Also bei mir ist es ja eher so, also wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich einen Film im Kino sehen will oder nicht, dann gucke ich mir vorher Kritiken an, aber wenn ich weiß, ich gucke den an, dann versuche ich so wenig wie möglich davon zu sehen, weil da will ich meine, also da will ich mich nicht beeinflussen lassen, aber gut. Ja, also ich habe, ich glaube nicht, dass ich mich beeinflussen habe lassen, es war halt einfach nur so, dann ist es, ja, man weiß schon so ein bisschen, was einem da entgegenkommt. Ja, man kann seine Erwartungshaltung justieren. Ja, aber ich habe mich trotzdem darauf gefreut. Ja, und wie sah es dann mit der Freude aus, nachdem der Abspann über die Leinwand gelaufen ist? Ja, ich glaube, wir sind beide, wir waren schon sichtlich genervt. Ja. Ja, also vom Film. Ja. Also, und das Erste, was von mir wieder kam, ist halt diese Catherine Waterston, die halt, keine Ahnung. Die so viel schauspielerisches Talent hat wie ein Badewannenstöpsel. Ey, das gibt es nicht, ich verstehe sowas nicht in den heutigen Zeiten, das ist, ich verstehe sowas nicht. Ja, die guckt immer wie so ein Hunde. Ne, vor allem, die sieht, weißt du, es ist ja nicht immer so, dass die gut ausschaut. Also, sie sieht ja völlig normal aus. Also, es ist so ein Girl Next Door. Ja. So, die könnte jetzt hier in der Nachbarschaft wohnen. Ja, hässlich ist sie nicht. Nein, hässlich ist sie nicht, aber wunderschön ist sie ja auch nicht. Also, dann könnte man ja irgendwie denken, ja, okay, sie hat jetzt vielleicht irgendwie, weil sie so gut ausschaut, deswegen muss man sie unbedingt so als Blickfang da drin haben. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Und dann, dann guckt man sich das an und ich meine, also, wenn ich, wenn ich ja sie wäre, ich hätte ja dann auch mal irgendwie mal an die Tür der Rolling irgendwie so ein bisschen geklopft, so, hallo, kann ich mal ein bisschen mehr Text haben? Also, ich meine, die hat ja auch wirklich auch keine Silben, wo sie dann irgendwie überzeugen kann. Ne, also, ich finde, okay, fangen wir mal von vorne an. Was ist vorne? Also, ich finde, die Schauspieler, also die Darsteller per se sind das geringste Problem dieses Films. Sondern, was wir, glaube ich, beide, da waren wir uns ziemlich einig, also massivst bemängelt haben, ist, dass es diese Geschichte, die da in Anführungszeichen erzählt wird, dass das ein dermaßen loses, willkürlich wirkendes Schaulaufen ist und von vorne bis hinten purer Fanservice. Ja, der Plot ist einfach zu groß für einen Kinofilm. Also, das ist, und du schaffst das einfach nicht. Wie zu groß? Ja, weil es zu viel, es sind zwei Seiten hier. Passiert nichts. Es sind zu viele Figuren, aber es passiert nichts. Ja, das muss man, ja, weil im Prinzip dieser Film bereitet jetzt für wieder den nächsten, der bereitet ja wieder was vor. Also, so quasi, dass im nächsten Film halt nicht wieder alle drin hocken, so, und dass du ganz eins, nur ein Saal voller Fragezeichen hast. Im Prinzip, das ist der Sinn dieses Films. Erinnere mich dran, im Spoiler-Teil werde ich die komplette Handlung von diesem Film in einem einzigen Satz zusammenfassen. Echt? Ich hab mich mal gespannt. Ja, erinnere mich dran, mach ich. Ich hab den schon im Kopf. Naja, jedenfalls… Willst du nicht aufschreiben? Nee, ich weiß nicht. Naja, jedenfalls ist es halt so, dass die Figuren aus dem ersten Teil und von der Wertendame, von der Tina, also von der Figur, kann man ja jetzt halten, was man will, aber zwischen ihr und dem Newt Escamander wurde ja so eine kleine Romanze angedeutet, auch so die Geschichte zwischen Tinas Schwester und diesem, der Queenie und diesem Bäcker fand ich ganz reizend, war auch so ein bisschen Comic-Relief eher, hat immer so ein bisschen Komik da reingebracht und auch so die Art von Newt Scamander, also wir beide mochten oder mögen die Figur ja auch, dass es so, weiß nicht, so ein bisschen Soziopath einfach so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit anderen Menschen und so. Wenn man einen Asperger hätte oder, was ist das, ein Asperger oder… Ich weiß es nicht. Wie heißt denn das? Ist ja egal. Egal. Aber einfach irgendwie so Schwierigkeiten mit anderen. Da kann ja die Leute nicht mal in die Augen schauen so richtig. Aber ich fand das, ich fand das, manche fanden es ein bisschen übertrieben, ich fand es total charmant, ich mochte das, passt auch zu, also Eddie Redman spielt das auch ganz gut, aber wie sich dann herausstellte, sind die Figuren aus dem ersten Teil eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Und das heißt, man hat die Figuren mit ganz komischen, konstruierten Ereignissen dorthin buxiert, wo man sie laut Drehbuch haben wollte, wir verraten es nicht wo, an einen Ort versammelt, damit halt wieder alle irgendwie dabei sind. Hat aber gleichzeitig jede Menge neue, alte, in Anführungszeichen, Figuren eingeführt, namentlich natürlich Albus Dumbledore, die dann aber wieder so viel Screentime bekommen, dass alle anderen fast schon zu Nebendarstellern degradiert werden. Und dann frage ich mich, was das noch mit diesem ursprünglichen Gedanken dieser fantastischen Tierwesen zu tun hat. Naja, gar nicht, weil, ich meine, wenn man, ich habe, bevor es diese Filme gab, habe ich ja, es gibt ja drei Bücher noch nach Harry Potter, das eine ist dann halt Fantastische Tierwesen. Was ist das im Original? Das ist ein Lexikon, da geht es um Fantastische Tierwesen, also Monster und, und, also alles diese Tiere oder, ja, Tiere im Harry Potter-Universum. Ja, und der Newt Scamander, der tritt ja da als Figur nicht auf. Genau, das ist im Prinzip, ja, wie, nur ein Lexikon. Dann gibt es noch ein drittes Buch, da geht es um Quidditch, das habe ich jetzt nicht gelesen. Und dann gibt es noch ein zweites Buch, das ist die Märchen von Biedel und Baden. Und da geht es dann halt, da ist zum Beispiel, das ist ja dieses Buch, was ja in die Heiligtümer des Todes gelesen werden, von wo ja dann auch der Älterstab oder die ganze Geschichte halt drin ist. Mitunter der Älterstab, der ja auch der Zauberstab vom Grindelwald ist. Also es ist halt schon auch ein wirklich ein großartiges Universum, aber jetzt werden halt auch so klein, und das sind wirklich kleine, dünne Büchlein, werden jetzt halt hier Kinofilme gemacht. Und ich glaube, sie hätte sich, man würde es ihr vielleicht nicht so übel nehmen, wenn die Titel vielleicht ein bisschen anders wären. Also sie muss ja das Ganze nicht Fantastische Tierwesen nennen, weil es ist ja schon weit, 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 weit weg von Fantastische Tierwesen. Ja, finde ich auch. Also man hätte durchaus, also. Man kann ja sagen, okay, weil der Bedarf ist ja da. Ich meine, man guckt sich das gerne an, weil dieses Universum halt einfach, ja, so schön ist, so zauberhaft, so ideenreich. Es ist auch immer, auch von dem Kostüm her, vom Setting her, es ist wirklich toll. Und ich mag das wirklich sehr. Es ist halt schade, zu was es jetzt halt hier so langsam verkommt. Es ist halt eine Gelddruckmaschine jetzt geworden. Und da ist so ein bisschen, weil ich habe von ihr immer viel gehalten, von den J.K. Rowling's. Und jetzt denke ich mir dann so, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das die Warner ist, ob sie das ist, ich weiß ich nicht. Ich meine, die Warner hat ja auch schon, das habe ich ja denen damals auch übel genommen, dass sie das Herr-der-Ringe-Universum so ausgeschlachtet haben. Ich meine, im Nachhinein, wenn man den Hobbit dann als Ganzes mit den längeren Kinofassungen sieht, dann ergibt es auch ein bisschen ruhigeres Bild. Damals habe ich das boykottiert im Kino. Ich habe das nicht angeschaut, weil ich gesagt habe, okay, also ich unterstütze das einfach nicht. Bei der späteren Sichtung sage ich, okay, passt schon, aber letztendlich geht es auch hier wieder nur ums Geld. Und ja, wie du schon sagst, Fanservice pur. Und das ist halt immer so ein bisschen schade. Ich meine, es ist ja toll, dass sie für uns als Fans Filme machen, aber ja, so ein bisschen mehr Hirn und Liebe könnten wir ja schon reinsetzen. Also, weil, dann, was hältst du denn von uns als Fan? Weil das ist ja wie das, was sie uns jetzt hier vorgesetzt hat, das ist ja ein Fast-Food-Menü. Ja, weißt du, das meinte ich vorhin auch mit, als ich sagte, ist das denn die Zielgruppe? Weil eigentlich so vom Inhalt her und von dem, wie sagen wir, vom mangelnden Tiefgang, es ist ja extrem seicht, ja, hätte ich gesagt, ist das Publikum, sind eigentlich die, die jetzt zwölf sind. Ja. Weißt du? Klar. Aber reingehen tun eigentlich die, die jetzt zwölf waren oder jünger waren, als sie angefangen haben, jetzt längst volljährig sind. Ja. Und deswegen finde ich, das ist so ein, weißt du was, denen bietet der Film außer Fanservice tatsächlich nichts. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, wir waren auch nicht die Einzigen, wo wir so ein bisschen enttäuscht waren, weil so schnell ist auch schon lange niemand mehr von seinen Sitzen hochgesprungen. Und ich glaube nicht, dass die alle jetzt da aufs Klo mussten. Nee. Also das war wirklich, normalerweise kannst du das immer so ein bisschen, inwieweit das Publikum sich das auch immer so ein bisschen sacken lässt und so ein bisschen sitzen bleibt und so, das merkst du dann halt auch. Zumindest teilweise. Teilweise, ja, das machen nicht immer alle. Aber ich habe auch, wo wir jetzt da an der Kasse standen, um das Ticket zu lösen für das Parkhaus, die waren, glaube ich, alle mit uns im Saal und da war jetzt keiner so, oh mein Gott, oh mein Gott, so. Nee, war keiner dabei. Ich glaube, der größte Teil war auch sehr. Ja, war sehr verhalten, ja. Ja, von den Reaktionen. Ja, was ich noch anmerken wollte, also wegen der Figuren, das hast du eigentlich was ganz Gutes angesprochen. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt und es hätte wahrscheinlich dem Franchise auch gut getan, wenn sie es jetzt so ähnlich wie Disney gemacht hätten mit Star Wars. Die sagten, naja, dann erzähle ich halt zu einer Figur. Ein Film. Ein Film und dafür hätte diese Figur Newt Scamander auch einen, also hätte ja auch gereicht, aber dann am Ende dann wieder hier so ein großes Ganzes anzupeilen und vielleicht eine Trilogie oder eine Quadrologie oder was auch immer das werden wird. Und dann Figuren einzuführen, die halt so viel Raum einnehmen, auch in dieser ganzen Geschichte, die man ja auch schon kennt, dass sie halt den Figuren, die eigentlich titelgebend sind, keinen Raum mehr lassen. Und das finde ich halt schade, weil da hätte man, also wenn das jetzt nicht Fantastische Tierwesen geheißen hätte, schon im Titel, hätte man sagen können, nö, das ist Albus Dumbledore, die frühen Jahre. Ja. Also vom Titel her. So ein bisschen. Ja. Ein bisschen also. Ja, aber es geht schon. Ja, ja, aber nicht komplett wieder, weil es nicht wieder ein kompletter Film ist. Also ich finde halt, dass das die, die, nee, genau, es ist nicht ein komplett neuer Film, aber es geht, es läuft auf diesen Konflikt Grindelwald, Dumbledore, Dumbledore, Dumbledore hinaus. Und die Figuren, die man in den ersten, im ersten Teil halt liebgewonnen hat, die sind jetzt, die verkommen immer mehr zur Staffage. Und das ist schade. Ja, mal mehr, mal weniger. Also Newt Scamander, den mag ich ja, aber halt diese Schwestern, die sind halt völlig für den Arsch. Also das, aber so wie du es halt sagst, das wäre cool gewesen, wenn er gesagt hat, okay, es gibt so ein paar Figuren in diesem Universum und dann hätte man halt fantastische Tierwesen. Das hätte ja ein eigenständiger Film sein können. Und zwar wie halt der Newt Scamander als Schüler und später dann halt da in der Weltgeschichte rumreist, um diese ganzen Tiere halt zu finden und zu katalogisieren. 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 Um dieses Lexikon dann zu schreiben, weil es ist ja auch ein Schulbuch. Ja. Genau. Und das wäre mal eine coole Geschichte gewesen. Oder dann halt zu sagen, dann kriegt halt der Dumbledore halt auch seine eigene Geschichte. Oder dann kriegt der Grindelwald. Und irgendwie hätte man das dann Ganze halt münden können, diese einzelnen. Weil das ist, ich finde es immer auch eine Frechheit, wie wenig dem Zuschauer halt zugemutet wird. Weil da wird dann alles immer vorgekaut und dann kommt dann halt dein geliebter Erklärbär in epischer Form. Das war schon krass diesmal. Und da wird dann halt alles erzählt und erzählt und wo man dann wieder denkt so, ja, aber wenn man halt jetzt mal eins von eins zusammenzählt und das trauen sie uns ja nicht zu. Weil wir sind ja im Prinzip, glauben die manchmal, dass wir wirklich nur Zombies sind, wo hirnlos im Saal hocken. Ja, es ist so, uh, ein Geheimnis, zack, aufgeklärt. Ja, genau. Und das ist schon auch ein bisschen beleidigend an die Intelligenz eines Kinozuschauers. Wie gesagt, Zwölfjährige. Ja, aber. Ja, ich stimme dir ja voll behaltlos zu. Also es ist so, ja, ich glaube, wir können uns jetzt noch zwei Stunden spoilerfrei darüber unterhalten. Ich glaube, wir haben die größte Schwäche einfach schon herausgehoben und das ist für uns einfach diese Geschichte. Es ist das Drehbuch. Ja, es ist das Drehbuch, das absolut spannungsbefreit die Figuren. Ist das Wahnsinn. Ja, aber auch die neuen Figuren, um die man vielleicht später auch, ohne jetzt spoilern zu wollen, vielleicht auch mal Angst haben sollte im Verlauf des Films, die gehen einem auf gut Deutsch vollkommen am Arsch vorbei. Und ich hatte in keinster Weise, fühlte ich mich irgendwie gebannt oder es gab ein paar Schmunzler zwischendurch, ein paar reizende Momente, die, sagen wir mal, die größte Stärke des Films einfach hervorheben. Und das ist die Ausstattung. Also die Ausstattung, und das muss man denen einfach lassen, die ist fantastisch. Also die Kostüme, das ganze Setting, die Ideen, alles, was ich so im Hintergrund, also es ist halt Harry Potter, aber es ist seelenlos. Und es ist blutleer. Ich frage mich immer als Schauspieler, wenn du währenddessen beim Dreh, dann siehst du ja noch nicht das große Ganze und dann hast du ja immer deine Szenen und dann zum Schluss siehst du das ja dann und dann denkst du so, oh scheiße, was habe ich denn da jetzt mitgemacht? Ja, also kommt es dann überhaupt auf oder sind die dann da mordstolz? Ja, das habe ich mich aber auch schon sehr oft, also bei anderen Filmen gefragt. Ja, also ich meine beim Johnny Depp, da habe ich jetzt halt nochmal gelesen, dass er ohne das Drehbuch gelesen zu haben, unterschrieben hat, weil er halt unbedingt dabei sein wollte. Ja, jetzt ist er halt auch Teil des Harry Potter Universums. Ja, und dann, weiß ich nicht, ob die dann, und was ich halt echt schade finde und anscheinend ist das einfach so, dass ein Buch zu schreiben und ein Drehbuch zu schreiben sind halt nochmal zwei Paar Stiefel. Und die gute Frau hätte sich da einfach mal helfen lassen sollen. Finde ich auch. Und hätte dann, weil das ist wirklich so hanebüchend geschrieben. Ich meine, du kannst halt Figuren in einem Buch ganz anders aufbauen und in einem, du musst halt, da hast du halt Zeit, du kannst das halt beschreiben oder auch später nicht, weil sie hat es ja wirklich geschafft, sieben Bücher lang einen an der Stange und es ist ja, sie kann ja spannend schreiben. Es ist ja auch, also die kann man ja durchlesen, das ist, und ohne, dass deine Intelligenz dabei beleidigt wird. Also es gibt ja auch andere Bücher, die kannst du halt wirklich konsumieren da, ja egal. Auf jeden Fall finde ich das halt schade, dass sie sich da halt nicht helfen hat. Ich meine, da muss man auch mal vom hohen Rost halt mal runtersteigen und dann sagen, okay, ihr lasst da nochmal jemand drüber schauen, dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen kompakter auch geworden. Ja, ich glaube einfach, das ist, ich glaube, das ist zu größten Teilen auch der Warner geschuldet, weil ich denke einfach, dass die, die gehen halt einfach, das ist ein Multimilliarden-Franchise, dieses Harry Potter-Universum. Und die gehen einfach auf Nummer sicher, die gehen absolut null Risiko ein whatsoever, also was die Drehbücher betrifft, was die Regie betrifft, das merkt man ja eben, dass sie immer wieder, weißt du, wenn sie da experimentierfreudig, und man kann jetzt von diesen Star-Wars-Solo-Filmen halten, was man will, aber man kann ihnen eins bescheinigen, sie waren experimentierfreudiger und haben halt auch mal einem Regisseur quasi die Chance gegeben, da dem Star-Wars-Universum den eigenen Stempel so ein bisschen aufzudrücken. Aber vielleicht deutlich mehr als jetzt hier. Ich meine, hier darf ja nicht mal mehr ein anderer Regisseur ran. Und ich traue mich zu prophezeien, dass auch den nächsten Fantastische Tierwesen-Film, der seinen Titel wahrscheinlich noch viel mehr zu Unrecht tragen wird, als der hier, wieder von David Yates Regie geführt wird und wieder von J.K. Rowling geschrieben wird. Und da muss ich sagen, naja gut, weiß ich nicht, ob mich der nochmal ins Kino locken wird. Fazit? Fazit. Ja, schwierig. Ich würde, also ich würde dem... Ich kann dir nicht empfehlen. Nee, nicht ins Kino. Nee. Das ist so... Nee, weil im Prinzip dieses, was im Trailer schon so angedeutet worden ist, dieses CGI-Gewitter, das macht auch jeder Fernseher. Also jeder große Fernseher macht das genauso wett. Das ist nicht, vor allem, das ist halt, wenn man dann eine Woche davor Aufbruch zum Mond gesehen hat, wo wir wirklich eine ganze Woche jeden Tag und auch von der Musik her so haben zehren können, weil wirklich dieser Film so nachgewirkt hat, in seiner Größe auch. Und dann guckst du dir sowas an und das ist halt wirklich, das ist Fast Food pur und ja, sowas kann ich im besten Willen auch nicht unterstützen. Und so langsam macht es mich auch echt sauer, dass so ein Studio wie die Warner es halt andauernd schafft, irgendwelche Franchises halt wirklich... Tod zu reiten. Tod zu reiten und mit Füßen zu treten und halt wirklich da nicht mal die Eier hat und zu sagen, okay, jetzt machen wir mal was Schönes draus. Weil das machen sie ja, DC ist ja genauso. Und es gibt ja genug Beispiele, Herr der Ringe, Harry Potter, die ganzen DC-Filme. Ich meine, wenn es der Nolan nicht mit dran gewesen wäre, die ganzen Batman-Filme, hättest du ja auch in die Tonne treten können. Ja. Es war ja nur der Nolan, wo das geschafft hat, dass es so gut war. Und letztendlich, es gibt, glaube ich, auch wenig Leute, die die Eier haben und zu sagen, so, wir machen es jetzt mal so, wie ich es sage. Und da gibt es, glaube ich, ganz wenige in diesem Warner-Film-Universum. Ja, die lassen das ja auch nicht zu. Nee. Ja, die lassen das auch nicht zu. Ja, stimme ich dazu. Also ich könnte dem Film jetzt niemandem empfehlen. Es ist, wenn man sich das angucken will, dann muss man sich darüber bewusst sein, dass es halt purer Fanservice ist. Wir fanden das absolut null spannend und das kann man sich auch mal am Sonntagnachmittag für lau auf Netflix oder Amazon Prime geben, wenn es denn dann mal zu haben ist. Dafür würde ich jetzt kein extra Geld ausgeben wollen, nochmal sowieso nicht. Nee, nee, nee. Das ist auch sowas, wo ich sage, okay, wir haben sogar den ersten, den haben wir sogar noch auf Blu-ray gekauft, den würde ich mir nicht kaufen wollen, den zweiten. Doch, das schon. Wieso? Aber wieso? Es gehört zur Sammlung. Ach komm, dann hast du so einen Scheißfilm in der Sammlung. Wann guckst du den denn? Ja, den gucke ich schon nochmal an. Den würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und dann regst du dich nochmal auf. Ja, wahrscheinlich. Aber das mit der Spannung, das ist auch nochmal, da gibt es dann auch verschiedene Verfolgungsjagden, wie es halt immer so ist in solchen Filmen. Das ist jetzt auch nichts gespoilert, das ist halt einfach so, immer irgendjemand verfolgt irgendjemanden. Und dann schaust du dir das an und denkst so. Okay. Boah, ist das unspannend. Also wirklich so, das muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. In der ersten Actionsequenz habe ich mich schon, habe ich schon sämtliche Orientierung verloren. Es war dunkel, mal wieder, es regnet und es ist unübersichtlich. Und da dachte man, alles klar. Alle tragen schwarz. Alle tragen schwarz, juhu. Das war wieder super. Super, ja. Gut, also. Also sind wir schon, achso, wir sind noch gar nicht im Spoiler-Teil. Nein, wir sind im Fazit. Also ich würde sagen, keine Empfehlung von uns. Nein. Höchstens mal zu Hause, wenn sonst nichts Besseres rumliegt, einfach mal angucken. Wenn man den ersten Teil gesehen hat, wird man wahrscheinlich sowieso wissen wollen, wie es weitergeht. So hart würde ich jetzt nicht, nicht urteilen. Also ich kann ihn halt, es ist halt, ja, wenn ihr Fan seid, dann könnt ihr ihn wirklich mal anschauen und einfach, um da mal das weiterzugucken. Aber letztendlich, ich würde dem Film jetzt auch irgendwie nach der Sichtung, aber das wird eh, da können wir eh nichts machen. Weil so wie wir ihn ja auch sehen wollten, wird jeder, der mit dieser Welt irgendwie in Berührung gekommen ist und das gern schaut, wird den wahrscheinlich im Kino anschauen wollen. Also er wird seine Besucher und seine Zahlen auch bekommen. Das wird, aber auch hier wieder, es wird nichts über die Qualität dieses Films aussagen. Ja, das wird halt, das ist so wie Star Wars, wo wir sagen, okay, wir wissen eh schon, dass wir den nächsten im Kino sehen werden. Auch wenn uns der letzte irgendwie nicht so gefallen hat. Oh, oh, oh. So gut, don't get me star. Oh, man. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Spoiler-Alarm. Uh-huh. Soll ich den Film mal in einem Satz zusammenfassen? Ja, bitte, ja, das bin ich, das möchte ich jetzt hören. Also, alle Figuren aus dem ersten Teil versammeln sich in Paris und Grindelwald beruft eine Versammlung ein. Ja, genau. So, fertig. Fertig. Mehr war es nicht. Nein. Das ist, weißt du, also ich habe mir das vorhin nochmal überlegt, so am Frühstückstisch, was hat der Film mir jetzt eigentlich erzählt? Und ich weiß, was er uns erzählen wollte. Er wollte uns so die Geschichte einer zerrissenen Figur des Credence erzählen, auf der Suche nach seiner wahren Identität. Er wollte uns erzählen, wie sich diese Romanze, die sich anbahnende Romanze zwischen Newt und der Tina, ja, wie die quasi zerbrochen ist, weil sich der eine angeblich verlobt hat und die andere sich angeblich anderweitig orientiert hat. Und da wollte man so ein bisschen Konflikt und dann wollte man den Weg ihrer Schwester, dieser Queenie, zur dunklen Seite der Macht aufzeigen, wie sie hin und her gerissen zwischen der Muggelwelt und der Zauberwelt ihren Weg nicht findet und dann unter die Fittiche von Grindelwald gerät. Und man wollte diese tragische Story der Lestrange, wie heißt die, Leta Lestrange zeigen, die in dieses Schicksal von Credence da irgendwie, ja. Und was haben sie gezeigt? Grindelwald kommt nach Paris, er sorgt dafür, dass am Ende alle an einem Ort sind, hält da eine Rede, wirft ein bisschen mit Feuer um sich und dann kommt ein vollkommen aus der Luft gegriffenes Showdown, bei dem die alle egal sind, die hätten umfallen können, wie die fliegen, wäre es mir wurscht gewesen. Und dann dürfen alle, die überlebt haben, nochmal dekorativ vor Hogwarts stehen und dann ist der Film vorbei. Ja, das ist ja irgendwie, also diese eine Liebesgeschichte, was der mit Newt Scamander und dieser Tina, es ist ja so, die sind ja beide so ein bisschen, ja, ich komme immer noch nicht auf diese Krankheit, also es ist ja das, aber die haben glaube ich, also er muss irgendwie einen Asperger und sie muss auch irgendwie ein bisschen, also mit Gefühlen haben sie es ja nicht so. Also das ist ja auch ganz charmant, aber dann halt im zweiten Teil, da hat sie halt nur einen Zeitungsausschnitt gelesen, wo da steht, weil das sind ja beide Brüder, das sind ja mit der Leta des Trains da abgebildet und dann wird dann halt geheiratet oder Verlobung bekannt gegeben und das ist der Grund, warum sie sich dann so affig dann auch benimmt, also weil die treffen ja dann irgendwann mal in Paris wieder, also er reist ihr ja nach, weil im Prinzip, wegen, wegen dem bösen Grindelwald will ja der, das war ja der Fehler im Pressetext, also der reist ja jetzt nicht vornehmlich wegen Dumbledore dahin, nein, nein, also Dumbledore hätte ihn ja gern dort, aber der will ja gar nicht, aber erst wo es dann heißt, ja, die Tina ist ja in Paris, dann will er echt nach Paris und ich meine, naja, ist ja schön, dass das dann halt, dass Liebe wichtiger ist, als dass die Welt irgendwie zusammenbricht, ja, auf jeden Fall, die treffen dann wieder aufeinander und irgendwie schaffen sie es nicht, wieder ihre Gefühle beieinander zu kriegen, also da möchten wir ja beiden eins auf den Hinterkopf geben, so quasi, dass die Worte mal richtig rauskommen, dass das vielleicht mal in einer Beziehung oder wenigstens mal in einem Kuss endet, was ja schon wieder nicht passiert ist, also ich hoffe ja nicht, dass diese, diese bescheuerte Liebesbeziehung, was die zwei da haben, im dritten Teil nochmal thematisiert wird, weil dann kriege ich, dann beiße ich echt den Kinosessel, achso, wir gehen ja nicht ins Kino, wir gehen ja nicht ins Kino, egal, und dann halt diese andere Liebesgeschichte mit der Queenie und dem, dem Jacob, die ihn dann irgendwie, äh, mit so einem Liebestrank Warum? nach London holt, also von Amerika, weil die meisten gehen ja von Amerika erstmal nach London und von London dann nach Paris, wo man dann fragt, ja, warum, weil der ist ja erstens mal, A, ist er schon in sie verliebt, zweitens mal, B, will er ja sie auch heiraten, sagt aber halt auch, naja, ich meine, deine Leute sind damit halt nicht begeistert und damit meint er halt die Zauberer Und somit ist der Weg geebnet, dass die Queenie sich jemandem anschließt, der ja nicht möchte, dass Zauberer und Muggel sich verbinden, was dem Ganzen irgendwie so Vollkommen absurd Ad absurdum führt, dieses Ganze, und, ähm, ja, und das sind, das sind zwei Beispiele von einem, von diesem Schwachsinnstrehbuch Also, also, ja, wie gesagt, es ist so, ähm Also die ganzen Hintergrundfiguren, die sind halt, das ist alles so Banane geschrieben halt Dann wird, dann wird aus meiner Sicht auch so vollkommen willkürlich, ähm, unverhältnismäßig lange Rückblenden zu vollkommen unbekannten Figuren eingeführt Weißt du, es ist ja nicht so, dass der Zuschauer jetzt Schöne, essentielle, den Charakter vertiefende, ähm, Dinge über die Hauptfiguren erfährt Also über Newt Scamander oder die Tina Sondern die sind auch in den Rückblenden nur Statisten Also Tina überhaupt nicht, aber der Newt ist ja auch in der Rückblende eigentlich nur Statist Sondern es geht um die, die, ähm, die Leta de Strange Ja, hauptsächlich Ja, ähm, und, und, äh, ich, 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 also, ich verstehe halt nicht, wieso man diesen Figuren Also wieso man die, die namensgebende Figur, die namensgebende Figur eigentlich, ja, so zu einer Randerscheinung verkommen ist Die macht nichts, also die bringt die Story nicht weiter sie hat jetzt keinen essentiellen Einfluss auf den Ausgang der Geschichte er ist einer von vielen und das Ende, das Finale war für mich einfach mustergültig für den Film es stehen sich mitnichten halt Zauberer im Duell gegenüber, sondern es fliegen CGI-Drachen umher und jeder hält so seinen Zauberstab in die Luft oder in die Erde, darf ein bisschen angestrengt gucken und dann kämpfen diese CGI-Drachen gegeneinander Gän Gän Ja Ich finde da auch keine Worte für, wie mich das aufregt Es ist so langweilig also das war auch da gibt es ja dann auch die ein oder anderen Tierwesen auch wieder die da vorgeführt werden also diese jetzt habe ich es vorhin noch dieser Kelpie, also das war echt eine schöne Szene, wo er den Kelpie gefüttert hat das ist ja so ein jetzt will ich nicht das falsche Land sagen so irisches Wesen Ja, so ein Unterwasser-Algen-Wesen Ja, es ist eigentlich, ich glaube es ist ein Drache Ja Und dann gibt es so ein anderes ich weiß ja auch nicht mal wie das heißt dieses chinesische was so eine Mischung aus Katze und Drache Wo diesen chinesischen Drachen Ja genau Und da musste ich die ganze Zeit immer an Chihiros Reise ins Zauberland denken weil die wie die Beine sich bewegt haben das war halt original wie dieses eine Wesen wo immer gemacht hat das war genau das Wobei das ja Und das sind dann wieder so Sachen Oder der Niffler Die Niffler waren cool wieder Ja, ich fand halt der Film war dann am schönsten Ich sage jetzt nicht am besten sondern am schönsten Wenn die Tierwesen kamen Genau, wenn es um fantastische Tierwesen ging Ja, das stimmt Und das war das, was den ersten Teil für mich so charmant gemacht hat hauptsächlich Ezra Miller ist absolut also er unterfordert zum einen und B vollkommene Randfigur und wenn man sich überlegt welche wichtigen Informationen man jetzt am Ende dieses Films mitbekommen hat das sind es zwei Punkt eins Dumbledore und Grindelwald haben einen Blutspark geschlossen und dürfen sich somit gegenseitig nicht bekämpfen und Ezra Miller also der Credence ist Dumbledores Bruder Das wollte ich noch nachschlagen ob das wirklich so ist Ich kann mich nicht dran erinnern Ich weiß von dem Bruder aber der hieß anders, gell? Ich weiß nicht Der kam ja auch vor in den Harry Potter Filmen mit deinem Bruder Ja Das ist ja der wo den Harry Potter dann geholfen hat der in der aber der hieß anders Ja, der hieß anders wirklich anders und vor allem wir sollen genau wir sollen das jetzt wieder gehen weil das ist ja vielleicht lässt er sich umbenennen Naja, also er will ja Das passt doch jetzt auch wieder hinten und vorne Grindelwald sieht ja in in Credence in ich weiß gar nicht mehr wie sein Vorname war Dumbledore ein Instrument um Dumbledore zu bekämpfen und Dumbledore hat aber jetzt durch einen lustigen Zufall an die ist an diese Bluts an diesen Blutspakt gekommen und wird jetzt versucht den zu zerstören um dann tatsächlich gegen ihn kämpfen zu können so das ist so das war so die Basisinformation aber es ist halt nichts passiert es sind irgendwie alle nach Paris gekommen ja wie auch immer das Drehbuch das halt so haben wollte und da meandert die Geschichte vor sich hin um am Ende alle auf einem Friedhof zu versammeln wo dann zwei Leute erstmal den Erklärbären machen und zehn Minuten lang erzählen was halt was so previously on Fantastic Beasts ja nein previously an unserer Familiengeschichte genau wir erzählen euch was jetzt offscreen passiert ist weil wir das nicht zeigen dein Vater genau und ja und dann kommt es zu diesem vollkommen aufgesetzten Showdown vor allem das ist ja auch dieser Friedhof dann versammeln die sich alle in diesem Grab und die sind ja schon mal in so einer Nebenstelle und dann wird auf einmal wie durch Geisterhand ein Stück von dem Stein bewegt und auf einmal hört man diese Stimmen von diesen Hunderten von Zaubern die ja die ganze Zeit schon da waren aber es musste ja erstmal zehn Minuten die Familiengeschichten und die Stammbäume und was weiß ich was und die Mutter hat mit dem und mit dem und mit dem und dann hat der Vater mit dem und ja und ja auch diese Leta Lestrange ja sie ist ja irgendwie die 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 tragische Figur sein die unverstandene ja genau ist sie jetzt gut ist sie jetzt böse sie sagt ja selber von sich sie ist irgendwie gemein sie ist irgendwie böse und irgendwie die einzigen wo dann irgendwie zu ihr halten das ist ja ihr Verlobter und der Bruder also die zwei Scamander Brüder und der Dumbledore und ja das war auch so irgendwie also diese ich fand es von der zeitlichen Abfolge irgendwie auch nicht logisch dass Albus Dumbledore jetzt der Lehrer von Scamander war dazu sah er dann wieder zu jung aus wenn er erwachsen war er weiß oder ja aber um nochmal auf diesen Showdown zu kommen also wenn man wenn man sich wenn man zwei drei Sekunden drüber nachdenkt okay Grindelwald stellt sich hin hält eine Rede will ja quasi so die Zaubergemeinschaft für seine Zwecke gewinnen und er tut dies indem er die Menschen jetzt nicht per se als überflüssig hinstellt er macht das ja eigentlich geschickt sondern er sagt okay die Menschen sind bisweilen nützlich und er versucht ja auch so jemanden wie die Queenie für sich zu gewinnen da darf er ja nicht einfach alle Menschen per se vernichten wollen ja aber warum ja ja gut ist ja mal dahingestellt aber er stellt er dann da also er sagt halt so im unter dem Lichte drohender und bereits stattgefundener Weltkriege man kann den Menschen nicht vertrauen so das ist ja so seine Botschaft und deswegen müssen die Zauberer quasi über die Welt herrschen und die das alles in gewordenen Bahnen halten und er tut dies also wie gesagt seine Botschaft ist Menschen er hasst die Menschen nicht sagt er ja auch wortwörtlich sondern er möchte eigentlich nur sie ein bisschen in den Schach halten und so ein bisschen Finger drauf halten um fast im selben Atemzug zu sagen ich hasse London fuck it nein Paris ich hasse ich hasse Paris und entfesselt diesen diesen Feuersturm diese diese Drachen von dem dann im nächsten Satz jemand sagt wenn wir sie nicht eindämmen ist ganz Paris kaputt ja genau das ist nämlich der und das ist alles passiert also irgendwie in einer Minute und also okay er sagt gerade er versucht gerade die Zauberer für sich zu gewinnen indem er sagt ich bin nicht der Böse der alle vernichten will ja aber er hat das ja schon sehr da muss ich jetzt kurz mal einhaken und zwar er hat das schon sehr tricky gemacht weil es fallen ja auch Sätze die dann wie er dann sagt wenn die anderen ja schon längst weg sind weil die kriegen doch mit wenn er plötzlich Paris platt macht ja aber das kann ja dann aus irgendwelchen Gründen dann passiert sein weil irgendwie es muss ja nicht seine Schuld gewesen sein aber er hat es schon sehr tricky gemacht weil letztendlich hält er da seine Rede und sagt halt ja also das und das ist nicht so toll und das und das und dann zeigt er auch die Bilder und das war einer der besten also die beeindruckenden Szenen des ganzen Films wenn er dann eine Vorschau gibt was die Menschheit noch macht und den Kriegen ja genau weil da war nämlich der Weltkrieg und dann die Horrorschema-Bombe und dann habe ich gedacht ja wäre mal nicht schlecht gewesen wenn wirklich einer mal gesagt hätte okay wir müssen jetzt mal die Menschheit ein bisschen zügeln so das hätte ich mir in dem Moment dann wo ich das gesehen habe hätte ich mir das auch gewünscht na okay gibt es halt nicht da müssen wir jetzt alle durch ähm nein das ist jetzt alles schon Vergangenheit aber was jetzt da noch kommen mag ja und dann sind die ja alle weg und sagst du ja jetzt geht mal raus und verbreitet die Kunde und dann geht es ja erst los mit so ich hasse Paris ja aber ich fand das so ich fand das so weiß ich nicht das war so aufgesetzt und auch das Finale war so aufgesetzt der hätte ja einfach verschwinden können ja das war auch also es war völlig gaga völlig gaga das Finale also es hätte es gar nicht gebraucht wer war denn dieser furchtbar schlecht auf alt geschminkte welcher Schauspieler ich habe es nicht aufgeschrieben guck mal also dieser wie ist er Nicolas Flamel das war ja dann noch so irgendwie ein bisschen charmant dass der ja dann da aufgetaucht ist weil das ist ja der Erfinder des Stein der Weißen den man auch ganz kurz gesehen hat ja aber den das ist bestimmt gleich also aus Fanservicegründen wahrscheinlich der gleiche Schauspieler den man auf alt geschminkt hat kann ich mir vorstellen naja ist ja egal es war halt war halt Fanservice naja wollen wir zu einem Ende kommen ich glaube soll ich jetzt noch nachschauen nee ist egal ist egal es ist Fanservice gewesen du hast den erkannt ich nicht nein ja als Figur aber den Schauspieler habe ich auch nicht erkannt dann würde ich sagen ihr könnt ja uns das in den Kommentaren reinschreiben haben wir uns zur Genüge ausgekotzt über nein das reicht nicht mal in 100 Jahren ja aber das ist dann denke ich mir immer wieso jetzt naja gut es ist ja bezeichnend eigentlich also natürlich kann man sich über Filme die besonders gut oder besonders schlecht sind am besten aus lassen ja und drüber reden deswegen dauern Verrisse meistens ist ja auch so wenn man wenn man schreibt also Kritiken schreibt Verrisse schreiben sich fast von selbst das stimmt genau so ist es mit unserem Podcast können wir jetzt noch zwei Stunden über diesen Film schimpfen aber wir haben gar nicht über Nagini gesprochen weil es weil es ja das war irgendwie auch schade ach das war auch so ein Potenzial ich meine das da haben sie ja dann ähm auch wieder im Erklärbär dann erklärt also weil ich habe den Namen erstmal gar nicht mitbekommen ich habe mir auch irgendwie so arg weit habe ich mir die Darsteller gar nicht angeschaut sonst hätte ich jetzt gewusst dass diese Figur halt vorkommt und erst wo sie sich als Schlange dann hast du ja noch gesagt ja das ist dass sie so heiß also das ist Nagini und ich so ach so aber ich habe irgendwie den Namen wo sie genannt worden ist nicht richtig mitbekommen also die Schlange vom von genau vom Voldemort und das ist halt irgendwie auch ähm das sind so kleine coole Sachen die halt irgendwie verpuffen ja das ist ähm genauso wie mit Nicolas Flammer das verpufft halt auch also es sind halt immer so Sachen also wo du halt wirklich ah ok das kannst du nur wissen wenn du die Bücher gelesen hast und aber auch wirklich die Bücher also wobei Nagini kommt jetzt schon auch ähm ja ich weiß es nicht bei sowas denke ich mir dann immer hat sie sich das jetzt ausgedacht danach oder war das ihr von Anfang an klar weil das kam ja noch nie also ich weiß ich bin jetzt nicht so so der wahnsinnig ähm wahnsinnig ähm mit den Büchern es kam doch in den Büchern nie vor dass die Nagini vorher mal ein Mensch war nein und da denke ich mir dann immer ok das hat sie sich jetzt ausgedacht und ist das dann cool oder ist es nicht ich bin mir da nicht so sicher ja ich finde es irgendwie cool aber ich ich fand es halt dann schon mal deswegen nicht cool weil sich dann halt einer wieder hinstellen musste und irgendwie monologisierend erklären musste warum diese junge chinesische japanische Frau ähm asiatische Frau äh jetzt irgendwann mal permanent zu einer Schlange wird so naja whatever ähm wollen wir ja zu einem Ausblick uns hinreißen lassen ja das wird schwierig jetzt oder ja wird schwierig wir haben äh ich hab so wir standen gestern so im Foyer unseres Kinos und da ließen so unseren Blick über die ähm kommenden Filme also über diese Plakate schweifen und dann hab ich glaube ich zu dir gesagt ey da kommt echt nix ja und ähm ja es kommt im Januar glaube ich geht's geht's erst wieder richtig los aber jetzt hier im Dezember naja das sind ja jetzt also nächste Woche ist ja noch November und da wäre jetzt die Frage ob wir uns halt Verschwörung anschauen aber ähm ich bin halt einfach und das hab ich gestern auch zu dir gesagt weil dadurch das ähm das beruht ja auf ein Buch das nach dem Tod von Steve Larsson geschrieben worden ist und es ist irgendwie aus äh glaube ich losen Textteilen ist irgendwie zusammen und es soll der Bull halt irgendwie die Vorgeschichte von Lisbeth Zalanda erzählen und ähm das ist jetzt halt auch das ist glaube ich auch dann wieder nur Fanservice ja sagen wir mal so es ist aber gut es ist nicht so schwer gewesen aber es ist mit einer der Trailer die mir am besten gefällt aber wenn der Film nicht gut ist gucke ich mir den im Kino nicht an und das ist halt auch so ein typischer Film wo ich mir eben nicht sicher bin dass ich mir den angucken will also gucke ich mir halt vorher ähm Reviews an und Metascore und alles deutet darauf hin dass ich den halt dann einfach nicht sehe also das ich mag Claire Foy ich mag äh ich bin jetzt nicht so drin in diesem Steve Larsson Universum wie du aber äh den kann man sich sicher mal zu Hause angucken nicht im Kino ja aber dann wird es wirklich dünn weil jetzt ähm was wir auch gestern wieder gesehen haben äh das ist dieser Trailer zu Mortal Engines ach Gott das ist wirklich also ganz ganz schlimm dann ist die Frage ob wir den Spider-Man anschauen ne auch nicht im Kino auch nicht im Kino so dann geht es schon los dann kommt der Aquaman ne auch nicht siehste also der müsste der müsste jetzt wenn der rauskommt und plötzlich irgendwie alle Leute total ausflippen und sagen hier Metascore 80 und mehr das kann ich mir nicht vorstellen dann gehe ich da rein weil der Trailer ist so gaga aber der Trailer ist so beschissen sagst du wie es ist er ist beschissen ja er ist wirklich beschissen ähm der das sieht aus wie absolut diamantener edeltrash das ist so nein das ist aus der aus der Kloake gezogener Trash das ja aber mit aber mit 200 Millionen ja edel im Sinne von ein Produktionsbudget ja jenseits von gut und böse ich verstehe und das geht aber in einer in einer Tour so das Weihnachten also das Aquaman dann selbst Mary Poppins Rückkehr interessiert mich null nicht im Kino dann Bumblebee auch null null so dann ja dann sind wir schon beim Januar so das heißt auf gut Deutsch ihr hört uns im Januar wieder also keine Ahnung oder lasst euch überraschen ihr werdet es ja eh auf den Kanälen sehen aber das ist ne also entweder wir machen was wahrscheinlich ist vielleicht Ende des Jahres ne wieder so eine Jahresrückblicks Folge das sowieso ja ähm das werden wir entweder Ende des Jahres oder halt dann unmittelbar am Anfang des nächsten Jahres machen ich glaube Ende des Jahres ist angebracht machen wir so eine so eine Jahresrückblicks Folge wieder ähm aber so wie es aussieht es sei denn es kommt noch irgendwas überraschendes jetzt äh werden wir wohl Mitte Januar Glass anschauen Glass ja oder ja im Dezember wahrscheinlich nicht mehr ins Kino gehen das ist erstaunlich aber ist es so das ist Wahnsinn Wahnsinn ja also ich meine wir sind ja auch schon so ein paar also wir gucken ja auch Blockposter an aber das das ist wirklich eine Frechheit und das ist es tut mir leid das sind jetzt halt alles auch so Filme die glaube ich ähm ja ja es ist genug Fastfood für das reicht es wieder das reicht wieder also äh schade dass ähm was heißt immer so schön man soll aufhören wenn es am schönsten ist es wäre mir lieber gewesen unser Kinojahr hätte mit ähm Aufbruch zum Mond Aufbruch zum Mond geendet stattdessen äh endete es auf einer sauren Note mit ähm mit Fantastic Beasts ja Grindelwalds Verbrechen welche Verbrechen ja genau welche Verbrechen da standen wir dann auch so am Automaten und haben dann gedacht so okay vielleicht hat er irgendein Ticket nicht bezahlt Offscreen einfach irgendein Ticket nicht bezahlt ja irgendwas so ist er schwarz gefahren oder keine Ahnung aber man sieht keine Verbrechen wo ich meine dann denkst so was wahrscheinlich hat er seinen Friseur umgebracht nachdem er ihm den Haarschnitt verpasst hat ich weiß es nicht aber das sah also das war wirklich ja das war jetzt war jetzt unfair es sah geil aus aber es sah echt cool aus also vor allem halt also Johnny Depp mit den weißen Haaren und den zwei verschiedenen Augen und dem weißen Bart war cool gemacht jetzt muss ich trotzdem nochmal aus eine zweimal eigentlich schon am Ende aber eigentlich wäre die Chance gewesen dem Zuschauer tatsächlich mal vor Augen zu führen was man noch nie gesehen hat was für ein Mensch Grindelwald ist welche Verbrechen der begeht weil der ist ja nur uh der ist böse hast du den schon einmal also wirklich was abkundigt der hat ja immer nur seine Handlanger die für ihn die Leute zur Seite schaffen das ist ja und zwar die eine Szene wo sie da in Paris ja aber das war ja nicht selber das war ja nicht selber nee aber verstehst du was ich meine das heißt Grindelwalds Verbrechen und dann dachte ich mir okay jetzt wird mir mal gezeigt was das für ein Mensch ist und mit Ausnahme der allerersten Fluchtsequenz wo du einen Hauch von Ahnung bekommst was der Typ so drauf hat ja vor allem der hat sein sein Schoßtier hat er einfach aus der Kutsche geworfen ja wieso kann er plötzlich widersprechen egal gell du hast auch die Zungen abgeschnitten egal ist wurscht er braucht keine Zunge jedenfalls wenig Kino wahrscheinlich dieses Jahr aber vielleicht noch einen Serieneintropf vielleicht noch einen Serieneintropf mal gucken wir haben auf alle Fälle werden wir euch wieder was werdet ihr von uns hören so oder so im Dezember ja genau aber wahrscheinlich kein Kinofilm ja dann würde ich sagen haben wir noch eine kleine oder du hast noch eine kleine Serienempfehlung für uns ja und zwar ich habe die letzten Wochen immer mal wieder die Sabrina Serie gesehen und zwar The Chilling Adventures of Sabrina die ich echt gut finde zu deutsch The Chilling Adventures of Sabrina ja es gibt es heißt auch im Deutschen so irgendwie egal auf jeden Fall die läuft auf Netflix eine Staffel ich gehe mal davon aus dass es mehrere Staffeln geben wird die beruht auf die Archie Comics weil das wusste ich jetzt nicht weil ich habe diese Comics nicht gelesen aber das spielt ja in Greendale und Greendale ist die Nachbarstadt von Riverdale und jeder wo Riverdale kennt vom Namen her ja es ist auch diese Serie wo mit drei Staffeln schon auf Netflix läuft und da geht es dann halt aber es gab schon mal eine Serie oder Sabrina ja aber da kann ich mich irgendwie jetzt nicht so dran erinnern ich habe die ganze Zeit immer irgendwie eine zauberhafte Hexe oder Genie so eine zauberhafte Hexe da ja also Genie war Genie war ja Flaschengeist ja ja aber egal ich weiß dass es auf alle Fälle ein Remake ist ja das weiß ich aber ich genau ja du hast also ja ich mag halt solche Sachen halt auch ich bin da ich mag das mochte das Setting sehr es war sehr ja sehr einfallsreich auch sehr düster die Serie ist ja sehr blutig sehr blutig auch die Serie ist ja ob 16 ja und da wird jetzt aber auch nicht ja nicht zimperlich die ist überhaupt nicht zimperlich also da wird schon gelünscht gemordet gevierteilt ja also auch Kannibalismus wird thematisiert also da ist alles mögliche also nekromantie ja da ist alles dabei aber wenn man so ähm so das das ja das das Setting mag oder das Setting mag die Thematik mit den Hexen und so weil der wird halt auch ja der wird auch ein bisschen wird auch in die Tiefe gegangen mit ja das Satan und das Ganze also ich bin jetzt kein Satanist also nicht dass irgendjemand denkt aber es ist halt die ganze ich mag halt Mythologien in jegwelige Richtungen egal was die Länder und die Welt so hergibt und das ist halt auch ein Teil der Mythologie die ganzen Hexen und auch die ganzen Hexenverbrennungen da es wird auch thematisiert weil ähm ja da wurden ja viele unschuldige Frauen wurden ja auch umgebracht verbrannt nur weil irgendwie keine Ahnung die Nase nicht passte und ja ich hab mit dir ich hab mit reingeguckt ich bin nicht angetan das hat bei mir mehrere also ich finde Sabrina ist definitiv Guilty Pleasure also das ist jetzt eine Serie ja aber gehobenes Guilty Pleasure ich finde und sie wird gegen Ende richtig spannend ja aber es ist FSK es ist eine FSK 16 ähm Serie auf dem Niveau von FSK 12 finde ich also die also nicht von von Blut und Gewalt sondern was jetzt rein die die den geistigen Anspruch betrifft ich finde die Dialoge einfach nur seicht ich finde dass da fand ich gegen Ende nicht am Anfang ist klar da wird halt ja ich weiß du magst das halt auch nicht so wenn dann ja also mich stört das jetzt immer ein bisschen weniger ich bin da jetzt nicht so wenn wenn irgendwie das drumherum dann halt stimmt dann verzeihe ich das auch an der Serie mal dass ich jetzt halt hier irgendwie alles erklären will das ist halt wirklich so die ersten Folgen da wird halt viel erklärt weil dieses quasi dieses Universum wieder vorbereitet wird weil natürlich da auch mehrere Staffeln jetzt auch kommen aber das da wird man wirklich durch die letzten vier fünf Folgen das sind acht Folgen und die Hälfte wird halt erklärt und die andere Hälfte wird halt wirst du dann dafür entschädigt und es ist wirklich spannend es ist natürlich guilty pleasure das das ist jetzt keine hochtrabende Kunst ist es nicht aber es macht Spaß das zu gucken wenn man sowas mag ja deswegen du wolltest einen Tipp ja nee ich darf ja aber da ich weiß nicht wir müssen ja nicht auch wir müssen ja nicht immer alles zusammen zusammen mögen nein es hat sicher seine Daseinsberechtigung da gibt es da kein wir es ist halt genau es gibt nur deins deins und meins ist halt nicht ist nicht meins sondern nur deins darfst du auch gerne weiter gucken genau ist schon fertig ist schon fertig ja aber die nächste Staffel darfst du auch gerne weiter gucken genau na gut danke würde ich sagen ist es mal wieder an euch wenn ihr uns Rückmeldungen geben möchtet oder uns unterstützen möchtet ja dann dürft ihr wie immer euren Freunden von uns erzählen uns auf Twitter Facebook oder YouTube folgen ihr könnt diese und jede andere Episode kommentieren uns eine Nachricht schreiben ihr könnt uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten oder uns auf Letter unterstützen ihr könnt über uns bei Amazon.de einkaufen oder uns anderweitig eine Sach- und Geldspende zukommen lassen genau die Links die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und alle anderen Episoden im Podcast Client aus Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de ich finde wir sollten Spotify noch irgendwie erwähnen ja Spotify haben wir letztes Mal oder vorletztes Mal vorletztes Mal letztes Mal nicht genau also wir sind natürlich auch auf Spotify zu hören es bringt halt unseren die die uns schon hören wird es wahrscheinlich wenig Mehrwert bringen aber wenn ihr eben Freunde habt die uns noch nicht kennen dann könnt ihr denen auch sagen hey hast du Spotify kannst du auch auf Spotify hören musst du dir nicht extra noch ein Stück Software oder eine App runterladen für die ist es eigentlich gedacht findet den Link auch auf unserer Homepage könnt uns direkt unter bei Spotify abonnieren sehr schön dann haben wir es geschafft wir wünschen euch auf alle Fälle noch einen schönen Sonntag falls ihr uns Zeit noch hören wollt werdet allen anderen wünschen wir eine schöne Woche schöne Zeit jetzt können wir schon eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen jetzt geht es dann so langsam los keine besinnungslose sondern eine besinnliche schön langsam kommt gut in Weihnachtsstimmung genau das ist immer ganz schwierig aber wie soll das jetzt wieder hier gehen weil da ist jetzt wieder strahlender Sonnenschein also mir ist das jetzt wenn es so weiter geht mit den Temperaturen dann wird es schwierig mit der Weihnachtsstimmung weil ich tue mich da eh schwer du bist ja nicht so der Weihnachtsbär nein bin ich so der Weihnachtsbär ja wie dem auch sei wir wünschen euch eine schöne Zeit wir hören uns vermutlich im Dezember wieder ach lasst euch einfach überraschen genau der Grund dafür steht noch aus den suchen wir uns noch aus warum wir uns wieder hören werden wir machen einfach eine Kochsendung genau oder geben wir euch Tipps wie man Wäsche wäscht oder irgendwie irgendwas nützliches Müll trennen ganz wichtig lasst die Meere nicht zumüllen dann habt eine schöne Zeit ja und bis zum nächsten Mal macht's gut tschüss bis bald tschüss 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 bastante tschüss uns It nicht